Und wir sind zurück mit der nächsten Folge von Dungeons & Dragons Dark Alliance, mittlerweile die fünfte Folge, dementsprechend auch die fünfte Mission. Und wir haben jetzt als nächste Mission Goblins Tor für uns, die zweiten Akte. Und können jetzt aber auch schon auf Champions Stufe spielen mit 1850 Gruppenstärken. Das heißt wir kriegen auch ein bisschen mehr Loot oder besseren Loot. Ich krieg Loot. Ich werde sterben. Mit meinen 1700 Power Ranger Punkten. Let's go. Komm mal her, Rade. Müsst nur. Links oder rechts? Links. Zehn seltene Kristalle habe ich bekommen. Ich habe gewöhnliche bekommen. Loil. Dann hast du einfach nur Pech. Guck mal, hier liegt ein Grupp. Ich sammle hier alles ein. Ja, warte, hast du einfach nur Pech mit dem Kristall, ne? Ja. Ob ich nicht von Anfang an. Loil. Wieso, hat er jetzt keine Kristallen gekriegt oder was? Doch, aber er hat einfach nur die gewöhnlichen, also er hat sie eingesammelt, er hat aber nur die gewöhnlichen bekommen. Ich habe seltene bekommen. Also ist das einfach nur, also jeder kriegt Loot, aber jeder kriegt random Loot anscheinend. Egal, alles gut. Jetzt hat es sich noch nicht als Problem herausgestellt. Also ist das einfach nur ein Problem, also ist das einfach nur ein Problem, also ist das ein Problem. Das war's. aber das ist das wiederbeleben war da kannst du es machen der hat mich angezogen und er hat mich sollte dir etwas sagen oder ich dachte mir die fähigkeit die du aus dem tod auch wieder machen können nein nein da sind die gesperrt er kotzt dich an ich stand voll weit weg der hat mich mit einer kette geholt dann eben nicht aber ich mache es anders einfach nur stehen die zugucken er macht mein kurskiller nicht warum nicht oder einfach mich dann kann ich das aktivieren wie der wollte meine fähigkeit gesperrt lagern oder seltenheit das ist immer noch gesperrt ich habe da oben so einen kopf mit zum extrem der nach unten zeigt am unter meinem ausdauerbalken oder sind so jetzt ja jetzt 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 geht es wieder anscheinend für die lange sperre gewesen alter guck mal mit dem tor da hinten noch für geiler geschah gemacht doch die eilen fort Das ist so cool. eigentlich kommt er von mir sehr lange auf die Höhne auf die Höhne Das ist böse. Oh, ich hab freigeschalten. Team Geist. Irgendwas sagt mir, dass wir diesen Würfel nehmen müssen. Wo ist ein Rad eigentlich? Hinter euch. Ich hab ne dicke Truhe gefunden. Nice. Aber kriegt man gut Schaden, ja. Fäuschen Schaden. Oha. Ja, ich bin dead. Oh fuck. Ja, Steven. Alter, warum krieg ich hier Schaden? Ja, weil du da dran stehst. Hä, weil ich da dran stehe, ja. Aber ich stehe doch hier oben auf der... Ich stehe ja nicht mehr drin. Weißt du, ich krieg dir weiterhin Schaden, ne? Ich bin schon wieder tot. Hä? Natürlich ungünstig. Also auf der Plattform hab ich weiterhin Schaden bekommen. Hm. Kannst du dich auch nicht schießen? Kann dir irgendwie was an? Weiß nicht. Wie soll man da sonst hinkommen? Warte kurz. Vielleicht gibt's da irgendeinen Hebel oder sowas. Ich bin mir da echt nicht sicher. Von der Seite. Guck mal, da ist ne Leiter an der Seite. Da unten. Hm. 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 Vielleicht kann man das Feld irgendwie unten später deaktivieren und dann die Leiter hoch und dann gefahrlos hier rauf, weißt? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ja, hier unten. Guck mal. Ja, das ist. Ja, das ist kaputt. Ja, das ist kaputt. Ja. Oh, fuck. Ja, jetzt komm ich hin, Leute. Gehst du mich noch schnell? Ja. Nice. Du glaubst du mich noch blöd an? Was? Frisch gespawnt, so guckten die einfach nur so an. Hallo. Ja, ich glaub ich hab halt Healer so eine Reduktion, weißt du, für Agro. Ich werd die KI ist einfach nur dumm. Hm. Ungewöhnlich. Einfach wieder nur. Guck mal, hier unten kann man auch noch nennen. Ah, hier ist noch ein Krug. Was? Okay, einen Würfel haben wir auf jeden Fall noch. Einen stecken. Hier ist noch ein Krug. Ich glaub es ist noch nicht die dicke Kiste, die ich haben will. Mhm. Kommst aber nicht von hier aus hin. Scheinbar. Was ist da hinten? Also hier auf der linken Seite. Mops. Guck mal, da oben ist die Kiste. Da haben wir noch zwei Kisten gelegt. Hier oben ist ne große Kiste. Und n Krug. Ja, wir kämpfen hier noch, oder? Doch, du meinst ja alle umbauen, ob irgendwo durch die Gegend bist. Ne, ihr seid weitergelaufen. Das ist doch noch an der Stelle hier hinten. Ein legendärer Helm. Jawoll. Das ist letztlich der unbeordnet. Jetzt habe ich irgendwelche Kutzhalle gekübt. Ne, aber er hat also mal angezeigt. Mhm. Ja, genau da hinten die Leiter dann. Alter, wieder dieses Feld. Mhm. Fuck. Höö? Aber. Ja. Handschuh. Was hab ich? Na, ich krieg wieder nur was Blaues, ey. Ich hab was Grünes bekommen. Also die Loot-Verteilung, muss man ehrlich sagen, ist nicht optimal. Ist irgendwie strange. Ich krieg schon nicht irgendwelche epischen Sachen so. Ist halt komplett epische ausgestattet. Ich hab ein episches Teil an. Ne, ich hab ich nicht. Ich glaub hier vorepisch noch oder epischer Gold, oder? Das ist Lila, ne? Ja, ich hab keine goldene Teile. Was geht da von Lila? So. Lila ist glaub ich aber ultra selten. Legendär, ne? Ah ne, stimmt. Episch und dann legendär. Ja, ja. Okay. Das kann ich jetzt nicht looten oder was? Ja, perfekt. Jetzt ist der Loot in der Luft. Junge, ey. Ja, warum habt ihr sie auch da heruntergeschlagen? Ja, komm mal Stivo. Guck mal hier. Ich hab da nicht mal Loot. So, jetzt. Hier ist eine große Kiste. Ach Gott, Alter. Hier rechts rum. Hier kann der Lexus mal aufmachen. Da ist noch Gold. Jetzt hab ich mal was episches. Ich hab noch einen legendären bekommen. Ja, Alter. Eine komplett legendäre Christo, lol. Alter, guck mal wie gut das aussieht. Vielleicht, wenn man, vielleicht, vielleicht, wenn man erstmal ganz viele epische Teile hat, dann fängt dann legendär vielleicht zu kommen, weißt du? Oder vielleicht liegt das einfach an Kraftlevel, weißt du was? Ja, weil, nee, aber ich weiß nicht, weil es würde ja auch keinen Sinn machen, dass du irgendwie so alles grün hast und auf einmal findest du direkt was legendäres, weißt du? Hm. Ich glaub, das ist erst, wenn du genug, ähm, die deine Sachen anhörst. Auf. 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 Jetzt aber halt. Jetzt bin ich dauernd. Ja, jetzt bin ich dauernd. Ja, du musstest doch wieder leben. Hm, nein. Vielleicht hast du dich nah genug drüben. Na klar. Guck mal, wie. Achso, das ist. Heile, ne? Ich seh nur irgendwelche Effekte so auf mein Greeting, so wie das ist. Du musst ja weg. Was ist denn das hier? Ah, hier sind sie um, so ein Kios Teil, hm? Ja, aber das ist, glaub ich, die Leiche von dem, oder? Ah, okay. Ist hier oben? War mir das? Nö. Und da kommen wir. Hm, so. Alter. Kleine Kisti ist hier in der Ecke. Aber sonst nichts. Ach, das sind die Orks, äh, äh, die Doblins, das sind hier. Haha. Da hab ich eigentlich so gemacht. Nice. Ich hab noch mal einen Krug. Wie viel haben wir denn? Ne, ne, 9 von 15, ne? Ne, 9 von 15, ne? Ja. Ah. 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 Ah, ah. 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 Was ist das? tschüss ich habe die ganze zeit keine ausdauer ich würde sagen hier warsten wir oder klingt gut die ganze tränke ausgesoffen ich bin gerade an dem punkt wo ich die tue die bluten will kommt der zweck die mich immer mit meiner achse zu klein ist ich bin links lang gerannt ok und hier rechts oh gott und hier sind auch mobs komm zu dir er hat so den dicken ober hier am still hier du bist du denn die leitung hoch und vor und hier sind noch die gegenstände habt ihr schon gelootet ach so ich hatte gott ungewöhnlichen seltenen das wundert mich nicht mehr so was so was die ganze hebel habe ich gefunden so ein b-krug und die kiste aktiviert ja und dann hat sich hier vorne genau das ist die dicke kam jetzt mal gar nichts raus und ein krug wieder sehr ruhig aber warum müssen wir doch was episches kriegt hat ja ich aber auch komisch irgendwie was hatte die auf der rechten seite das ist vor uns also rechts ist auf jeden fall ein dicker ogre ich würde sagen wir verprügeln und gucken dann ob es weiter geht oder bei uns ging es ja auch weiter also ich glaube es geht auf beide seiten weiter das ist wohl hier links wiederum der extra weg hier die extra meile den kann wir erstmal luken jetzt machen wir den special gerade habe ich gemacht aber hat nichts gemützt war zu weit weg da soll ich denn da dran sein komm gleich was macht denn der ober, der schmeißt dich da wohl hin ganz wild ist viel habt ihr auch bock zu kommen oder steht so hinter dir und guckt dir so zu steht so hinter dir und guckt dir so zu die sehen mich entern und muss es weglocken ich kicke sie ja überwiegend alter was was war das denn das fällt mir aber komplett weggeslammt ich guck mich ja auch gegen den brennslack da musst du uns holen mit der regeneration na ne ich bin auch wieder tot alter ist der stark eine regenerationsphase nein nein es hat der große schmeißt sich er bodyslamm den zwerg einfach ins nirvana halt was ist das für ein bier ich hole steven warte ich hole steven warte mal hier hast du ein bisschen energie oh fuck alter was soll denn das äh jetzt liege ich auf dem boden lol ich kann nix machen ich bin gel ach so der stunt die ganze zeit weil er auf dem boden schlägt ja doll ich versuch mal niranzukommen und dann ich kann das nicht aktivieren ne ja nein guck mal das jetzt erstmal ja der bodyslamm seine kollege aber auch weg ne mhm warte mal ganz kurz mit auf den sack hier der typ ok die jetzt erstmal kurz ist ja überhaupt kein popelfeile schenken ob jetzt sie ein bisschen dezimiert denn hier auch nehmen wir können den finnischen ne guck mal gehen wir hin und drück mal richtig maustaste ja jetzt geht nicht mehr jetzt geht nicht mehr jetzt geht nicht mehr auf das team versuchen zu retten muss ich nicht versuchen zu retten weil das schlägt mit dem mit dem bei dir kann ja auch nichts machen guck mal wir stand ja die ganze zeit ne und das ist einfach bis gerade seine fähigkeit da fälle hier jetzt warte ja 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 guck mal hin ja jetzt was er anmacht. Unglaublich. Die ganze Heilung. Alter. Zack, zack, jetzt hiechst er. Jetzt kriegst er. Komm, komm. Alter, halt auf! Warum stirbt er denn nicht? Warum stirbt er denn nicht? Ey, der geht nicht noch! Boah. Boah, was ist denn das jetzt? Rassen? Wir haben eben gerastet. Hauptsache, man kriegt so'n, so'n, so'n Erfolg noch so unbesiegbar, so nachdem man 20 mal gestorben ist oder so. Boah. Heißkristalle, Vorsicht. Ja, 7. Der hat was wert. Den geht's rechts auch nochmal runter, da ist noch ne Kiste, ne kleine. Hm. Ach, das ist ja auf der anderen Seite. Oh, hier kommen Gegner. Ja, was ist denn da? Ach so, ist das schon mal. Ey, der gibt mir einschlagen und ich bin halt, ich bin tot, ne? Ja, was sagt ihr? Mein, mein Geal-Revel ist dafür nicht, ja. Nicht ready. Ja. Boah, ich brauch locker 300 Punkte mehr. Boah, ich brauch locker 300 Punkte mehr denn. Mech. Ich hab mich mit, was du dir? Ich hab dich gestorben. Immer misset den K-K-K-K-Ange und Kräcks. das ist schon heftig wenn ich jetzt hier gelandet ist eine fette kiste und in den boden versuchen so ein blutglut und dann cool wenn es nie hier voll versteckt und nur was grünes warte mal ich will mal was suchen wenn sich diesen wärmebonus hier von diesem brennenschwert dann holt kriegt man kein schaden hier drauf muss ich erst so ein flamm stecken und dann kann man die hier auf das eis gehen die dinger gab es übrigens im ersten level damals auch ja cool auch wieder was rausgefunden so schön dass man auf der eisfläche 100 mal gestorben ich wollte die vier kugeln ach so was soll alter nicht mal also komm mal in der nähe wo bist du hier ja das hat mich bedankt was auch der macht wieder besiegt werden ja ich block den sprung und danach kriegt er mir ne wir müssen uns auf einmal konzentrieren auf den dicken ja ja der andere geht auch ineinander ich bin down steve du musst auf den den ich denke musst du von hinten dran wir müssen uns mal auf einen ich würde erstmal das eis wieder kaputt oder den ich würde auch sagen wir machen das eisvieh zuerst ich kann mir einfach gar nichts hier was ist das für ne kacke opfer jetzt bin ich tot ja wie gesagt wir müssen uns auf einen konzentrieren wir müssen weil die kummer die haben so viel leben das heißt du musst die schritt für schritt musst du die rausnehmen und ich würde sagen ich meine der große der body slammed und so aber ich glaube diese eis eis monster ist glaube ich schlimmer weil der stunt und sowas wirst du ich bin irgendwie nur ein kopf oder so ich bin irgendwie nur ein kopf oder so ich bin irgendwie nur ein kopf oder so ja das ist ja ja jetzt ah diesen eisbeißer oder wie der heißt das ding das weiße ding hier genau ich komme zu nichts ich bin einschlager und ich denke den großen abendigen den dicken und den anderen abzulenken ich bin tot das meine ich komme auf dem boden geht weg rennen weg entdeckt in die andere richtung von dem großen das mal weg was kriegt der mensch reis der mensch dieser ist sagt die mir vor und sagt die namen den großen in den eis typen da ist weg jetzt den kleinen schamanen trotzdem so ich gebe ihnen dreitausende hits es geht einfach nichts von leben weg beruhig dich mal wieder das ist gut schaffen es doch ja 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 ich habe irgendwas mit hunderten und was treffern gehabt auf denen abgeschlossen besiegt guck mal von guck mal besiegt er war der oberboss also riesendinger oder keines werk und zu dem anderen und zu dem anderen ist es halt dieses 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 rubber ding so weiß du komm mal er zieht mich mit der kette er zieht mich mit der kette ran in dem moment da habe ich schon mal ein halt dran schon getrunken meine energie geht voll er zieht mich ran ich drücke hier c und bin eigentlich voll ausgewicht also ich bin so bestimmt fünf lenken entfernt von dem er haut auf dem boden und ich krieg den schaden so als wenn ich immer noch vor ihm stehen würde obwohl ich schon weiter hinten bin weisse aber das system das system accountet das als ich bin immer noch vor das werden sie ein bisschen herum fixen denke ich mal ja auch dieses hier kommt erst mal an also ich kann machen was ich will ich kann mich an wo man will das aufgeholt ja ich habe aufgeholt ich habe keine besonderheiten gerissen und das ist etwas das stört mich an dem charakter das heißt du hast aber ein paar dinger in gold hat ja aber guck mal schaden getrennt immer die die oberbar wo ich kann machen was ich will was die ja ist komplett wenn dann das ist das war nicht schlimm aber ist ganz im jahr fühlt sich nicht gut an wenn du es nicht in der hand hast es geht dabei gar nicht um ihn sondern um das spiel an sich es geht ja auch auch darum ist das geht aber auch ausgeglichen erklärt dann hat man ja dann 2300 plus punkte so und die anderen hängen bei 1000 neun euro oben weil sie nicht hinterher kommen ja so jetzt vorher die sache ausrüsten ja diese runde habe ich aber nicht wirklich was bekommen dann wollen wir mal gucken immer noch kein helm endlich mal handschuhe bekommen blaue sehr gut neun ring rang 4 ring ok oh ja ich hab endlich mal einen wirbelnden angriff wirbelsturm sehr schön und die frage wie ich den auslöst das steht nicht dabei und gute frage nächste frage muss doch mal gucken dass man auch setteile behält und so so talente haben wir auch mal wieder ein paar freigeschalten wie topi jetzt bin ich aber auch stark gestiegen direkt auf 2.189 diese runde mehr sogar noch habe ich schon 2.213 kampfstärke was haben wir denn als nächste mission ist dann die letzte letzte mission auf dem markt aber das schauen wir uns dann auch wieder in der nächsten folge an wir bedanken uns auf jeden fall fürs zuschauen wir hoffen es hat euch wieder gefallen wenn ja denkt dann abonnieren glocke aktivieren support ist kein mord ich würde mich freuen und in dem sinne haut da rein gute nacht schlaf gut madness mod Nom mond sm mond